Was ist die therapeutischen Optionen? Die therapeutischen Optionen sind vielfältig. Da es sich eben um Endokrinetumore handelt, ist ein Teil der Behandlung sicherlich auch medikamentös möglich. Insofern ist es immer notwendig, auch in Zusammenarbeit mit den Kollegen der Klinik für Endokrinologie zu arbeiten. Viele Tumore, vor allen Dingen die nicht hormonaktiven Tumore, sind aber chirurgisch zu therapieren. Untertitelung des ZDF, 2020